ZUKARFEL! 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 Das ist Estambulio Das ist Estambulio Das ist Estambulio Hallo, 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 guten Tag, guten Tag Ist das schon mal aufgefallen, was eigentlich so geht Wenn ihr am Samstagabend an der Klopse rumdreht Was am Kiosk gab, der Enke in der Auslage steht Da weiß ich zwar, woher der Wind, aber nicht wohin erwähnt Da seh ich tippen und tippen, ich seh so viele Tippen Wenn du dich ans Faschen immer so, dann hast du dich geschnitten Ich kann mich noch erinnern, überhaupt nicht lange her Gab's noch keine langen Superstars wie Prinz Madonna Scheer Du brauchst es nicht leicht denken, ich sag mir zu verklemmt Denn wer mich nicht erkennt, der weiß ich bin nicht so geheckt Über alles, was ich sage, hab mich gründlich nachgedacht Und ich finde mit Sex wird viel zu viel skrupellos get gemacht An Sex verkauft eine Zeitung, Sex verkauft ein Video Mit Sex verkauft nur alles, denn Sex verkauft sich sowieso Und wenn man's nicht gut läuft und ist der größte Scheiß Ist mit großer Sicherheit der Wärmeträger heiß Ich mach die Augen auf und schau, wie ist die Lage Da erkenne ich dann das Prinzip mit Angebot und Nachfrage Alles, was die Werbung tut, ist Zielgruppen am Chipping Um dann bei möglichst vielen Leuten Kaufhalts zu erdecken Die Dame spielt dir vor, dass du brauchst, was du nicht hast Und wenn du das Produkt nicht kaufst, dass du was verpasst Das Produkt mir illustrierte und eigentlich nicht so toll Dann macht man halt das Maret-Team vor mit Tippen voll Diese Strategie liefert Illusionen satt Und beschreibt einen Zuschauer, den die Realität nicht hat Und zwar die ganze Gegend ist voll mit geilen Leibern Bist du da nicht angesagt, dann kriegst du keine Leibern Dazu musst du schon was leisten, nicht so sein wie die meisten Musst'n geilen Body haben und Gewichte reißen Was ist in Klamotten und rein in das Solarium Optik ist das Hauptkriterium, sagt dir dein Medium NAMEDIUM 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 Die Freizügigkeit ist positiv doch Eile mittlerweile Aufklärung statt Verklärung ist die eine Seite der Medaille Ich liebe den Konsum und Medienvernettung Doch noch mal Einschätzung für das Ganze zur Medienversetzung Jetzt stell ich mir vor, ich wär in der Pubertät Es war noch nicht viel los in meiner Individualität Weil ne verschärfte Umgebung, die würde mich entnerven Den Normalhand meines Körpers vielleicht aus der Bahn werfen Vielleicht krimm ich auf dumme Gedanken, weil ich mich hässlich find Weil die Leute im Musikvideo halt doch die schönsten sind Dann schau ich aufs Coupé und seh im Kabel fern Und stelle fest, hey, Komponieren ist modern Dann ist ich das Zeug ganz normal und im Dießen Aber schnell, weil Smudo war in diesem Alter Dann schreibt ein junges Mädchen zwölf oder wenig mehr Sie hat einen süßen Freund und sie lebt den Schlechtsverkehr Wie geht das mit dem Höhepunkt? Sie hat nämlich noch keinen Ja, hat sie denn mit zwölfchen Lochen für Schlierenbein? Eine aggressiv ist frucht und schreibt ihr Freund, dass sie besticht Sie will wissen, ob sie das Kind behalten soll oder nicht Das ist alter bei der nächsten, ganz egal Jedenfalls steckt sie nach dem Essen immer ihren Finger in den Hals Das Problem, das sie hat, das ist doch der Witz Sie findet auf der Schule kein B von den New Kids Ideale Seele, nicht die falschen Werte Und mach an einer schwarren Phase bloß durch das Verkehr So früßt, friert, irritiert, transziert, strapaziert Weil die Meinungsmache, das Bewusstsein umfunktioniert Sei individuell, aber schnell, nicht nur sexuell Potenziell, intellektuell, reell, originell Keine Heuchelei, Prahlerei, wie ich die Tour reißer Immer gut dabei, mit anderen Worten Fühl dich frei Hey, fühl dich frei Auch fühl dich frei Äh, jes sakte dich frei Word, A1-E5-CKET-36